hey und willkommen zurück zu einem neuen video dieses mal CSGO Bugs und Tricks und zwar will ich euch heute den Silent Jump zeigen ich weiß nicht wie man es sonst nennen soll und zwar ist es gleich schon gesehen nichts anderes wie wenn ihr springt hört man das ja immer recht deutlich besonders seit diesem Sound-Update hört man das Springen als Ferns Pferdedinger und zwar werde ich euch heute zeigen wie ihr springt ohne irgendwie Springsounds zu machen und zwar müsst ihr dafür nur aus der Hocke rausspringen und mitten in der Luft die Hocke loslassen das heißt ihr hockt euch hin springt hoch und lasst es los und ja warum das so ist erkläre ich euch mal kurz und zwar ist es in CSGO so eingestellt dass man erst ab einer gewissen Höhe die Sprungsounds hört weil wenn ich von hier zum Beispiel runter laufe hört man den Sprungsound aber wenn ich von dieser Höhe runter laufe was jetzt nur minimal niedriger ist hört man keinen Sprungsound und ja ich finde das ein relativ vielfrecher Trick den wollte ich euch heute mal zeigen ist auch heute noch ein bisschen kürzeres Video denn ich habe momentan nicht so viel Zeit in meiner Freizeit das hört sich komisch an aber egal und ja ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine Bewertung da bis zum nächsten Mal ciao